Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, zu dem Thema Bundesautobahnen kann man sehr viel und sehr lange reden. Ich glaube, es ist uns allen wichtig, dass die bestehenden Autobahnen in einen Zustand versetzt werden, dass man sie gut benutzen kann. Das ist heutzutage an vielen Stellen nicht der Fall. Das ist quasi der Treiber dieser Debatte und damit wird dann immer argumentiert, dass man dort den Aufsatz, wie man Autobahnen verwaltet, dass man daran muss. Vielmehr ist doch aber das Problem, und das wissen wir doch alle, dass da eine Unterfinanzierung besteht, beim Bestand insbesondere, beim Bestand der bestehenden Autobahnen, dass man die so pflegt und hegt, dass die gut benutzbar sind. Und damit wird jetzt begründet, dass man neues Geld, frisches Geld da reinholen muss. Und damit wird dann wieder öffentlich-private Partnerschaften und Ähnliches ins Spiel gebracht. Wir Bündnisgrüne stimmen dem vorliegenden Antrag zu, weil er nicht nur die Frage der Privatisierung aufmacht, sondern auch noch weitere Fragen anspricht, die eben wichtig sind. Wenn Sie das mal nachlesen möchten, wir formulieren in diesem Antrag zum Beispiel die Forderung, dass ein Autobahnbau nicht gegen den Willen eines Bundeslandes vorangetrieben werden kann. Wir haben da unsere Erfahrungen, auch gerade in Berlin, mit dem Weiterbau der A100. In verschiedenen Teilen wurde da getrickst über Feststellungen, dass das schon im Bau befindlich sei, da sieht es nicht den Bauabschnitt und Ähnliches. Da muss von der Bundesebene Transparenz hergestellt werden. Und eine solche Autobahngesellschaft ist das genaue Gegenteil. Nämlich, wie das schon erwähnt wurde vom Kollegen Buchholz, die DB Netz, da weiß man häufig nicht, was genau da an welcher Stelle passiert. Und diese Forderung nach Transparenz, die gilt nicht nur für die DB Netz, sondern die gilt eben für alle Unternehmungen, die da von der Bundesebene kommen und die Länderinteressen berühren. Und deswegen ist es vollkommen klar, dass wir hier im Land Berlin uns eine Meinung zu diesem Vorhaben auf Bundesebene führen müssen, eine Meinung bilden müssen. Und das tut dieser Antrag. Der ist ein bisschen komplexer, vielleicht zu komplex für die AfD. Deswegen hat die gesagt, man muss einfach nur ablehnen. Wir haben hier einen Verhandlungsauftrag für unseren Senat formuliert. Und deswegen ist der halt ein bisschen länger geraten von A bis G. Ganz konkrete Forderungen, finde ich, da hätte ich gerne erfahren, wo Sie da konkreten Probleme mit haben. Sie sind da in Stückwerk geblieben. Ich möchte eins noch sagen. Wir reden noch viel über nichts Genaues, weiß man nicht. Im Netz lassen sich inzwischen erste Formulierungen finden. Danach soll dort im Vertrag oder in der Vereinbarung dann stehen, dass im Grundgesetz die Passage kommen soll. Ich zitiere mit Ihrer Genehmigung, Frau Präsident, Entschuldigung. Eine Beteiligung privat im Rahmen von öffentlich-privaten Partnerschaften ist ausgeschlossen für Strecknetze, die das gesamte Bund des Autobahns oder das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche Teile davon umfassen. Wesentliche Teile davon umfassen, ganz ehrlich, das ist eine Formulierung, die alles offen lässt. Und damit wird diese Formulierung, die da bis jetzt anscheinend in Rede steht, nicht dem gerecht, was wir hier fordern. Deswegen fordere ich auch von unserer Seite aus, den Senat auch da hart reinzugehen und zu sagen, das ist nicht im Interesse Berlins. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.